Wenn ihr betet, kann euch Satan nichts antun, denn ihr seid Kinder Gottes und Gott wacht über euch. Betet! Der Rosenkranz sei immer in euren Händen als Zeichen dem Satan gegenüber, dass ihr mir gehört. Und mit diesen Worten der Gospa möchte ich euch alle einladen, auf den 24. Oktober hier in die Erlöserkirche zum Einkehrtag mit Schwester Immanuel Maiar. Sie wird uns wie das letzte Mal auch über Skype verbunden sein und sie wird über dieses Thema, die Macht des Gebetes, die Macht des Rosenkranzes sprechen. Herzliche Einladung, mit dabei zu sein. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!